Hallo und herzlich willkommen heute mit einem kleinen Rant und zwar zum Thema Benutzerschnittstelle. Mit der großen Frage, warum kriegen die anderen das nicht hin? Fuji hat mir der X-T200 eine hervorragende Kamera vorgestellt, wo auch von der Benutzerschnittstelle das so ist, dass sich Leute, die halt aus dem Smartphone-Bereich kommen, hervorragend abgeholt werden. Ja, die Kamera ist natürlich super gut für Blogger geeignet und so weiter. Von daher ist es klar, dass es in der Regel auch dort so bedient werden möchte. Trotzdem hätte ich wahnsinnig gerne, dass auch die großen Kameras genauso einfach bedienbar sind. Und ich zeige mal ein Beispiel und zwar haben wir bei der Kamera ja die Möglichkeit, einen Advanced-Modus einzustellen. Und dieser Advanced-Modus ermöglicht es uns, auch dann mit verschiedenen Filtern zu arbeiten. Ich zeige das mal kurz. So, lassen wir das hier mal scharf stellen. So, und dann gehen wir hin und drücken zum Beispiel hier auf das Thema Filter. Ich gehe auf den Filter. Und dann kann ich hier hingehen und sagen, so, machen wir mal hier so, welchen Filter möchte ich denn haben? Das Ganze natürlich alles touchscreen. Und dann kann ich, wie man es so von vielen Webseiten her auch kennt, einfach das anschauen mit und ohne Filter. Oder aber sogar zwei Filter, wie jetzt hier, HDR-Kunst und Low-Key miteinander vergleichen. Ich kann nochmal einen anderen Filter damit vergleichen und so weiter. Also sehr, sehr schön zu machen. Und natürlich ist auch das Thema Menü genauso einfach gehalten, dass ich also einfach hingehe und natürlich auch die Menüpunkte jeweils per Touch anwählen kann. Bitte, Kamerahersteller, nutzt diese Möglichkeiten auch. Ihr habt heute fast alle Touchscreens in den Kameras eingebaut. Und nochmal, bitte das auch von der Benutzerschnittstelle her so machen, wie hier bei Fuji mit der X-T. Wupsala, jetzt schmeiße ich sie noch rum. Mit der X-T 200. Wupsala, jetzt schmeiße ich sie noch mit der X-T 200.